Hallo und herzlich willkommen zum Fototutorial Mittwoch. Heute erkläre ich euch, warum ihr euch dringend auch mit dem Thema Festbrennweiten beschäftigen solltet und wozu sie gut sind. Es ist Mittwoch, es ist Fototutorial Mittwoch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch ein paar Hinweise dazu geben, warum ihr über Festbrennweiten nachdenken solltet und wozu ihr sie verwenden könnt. Was ist überhaupt eine Festbrennweite? Eine Festbrennweite ist ein Objektiv, bei dem ihr nicht durch Zoomen die Brennweite verändern könnt. Die meisten von euch kennen bestimmt so Objektive und dieses hier ist ein klassisches Zoom-Objektiv, das heißt ihr habt einen Ring und durch das Drehen an dem Ring verändert sich in diesem Fall auch die Baulänge des Objektivs. Ich mache euch mal die Streusichtblende hier ab und zeige ich das hier nochmal so, aber es verändert sich auch die Brennweite. Das ist hier ein 24-70mm Objektiv, das heißt ihr habt einen Bildwinkel, der zwischen relativ weitwinklig, 24mm und schon einem leichten Tele 70mm verändert werden kann. Das heißt ihr könnt das Motiv ranholen, also ranzoomen oder eben auch rauszoomen und damit weitwinkliger fotografieren. Viele von euch haben so Objektive, also klassische Zoom-Objektive und ich zeige euch heute, warum ihr Festbrennweiten verwenden solltet und was der Benefit für euch dabei ist. Ich habe euch hier auch eine Festbrennweite mitgebracht, ich zeige euch die hier mal. Das ist eine 75mm Festbrennweite für Micro-Ferserts, das heißt ich habe hier auch einen Ring, aber das ist der Fokusring. Ich kann aber nicht damit den Bildausschnitt ändern, indem ich irgendwo dran drehe, sondern ich habe einen festen Bildwinkel. Das ist im Prinzip die, nenne ich es mal, Einschränkung bei Festbrennweiten. Ihr habt einen Bildwinkel, den ihr nicht, in dem ihr stehen bleibt, verändern könnt und damit näher an das Motiv rankommt oder weiter weg vom Objektiv könnt. Das hat aber auch viele Vorteile. Erstens ist es so, die meisten Festbrennweiten haben eine höhere Lichtstärke, das heißt die Offenblende ist größer und damit könnt ihr eine geringere Schärfentiefe erzeugen. Das ist etwas, das viele von euch wahrscheinlich unter dem Stichwort Bildlook auch kennen, das heißt ihr könnt damit die Blende öffnen und durch diese Offenblende eben einen unscharfen Hintergrund generieren. Das ist in vielen Arten der Fotografie gewünscht, in manchen Arten auch nicht so wahnsinnig angesagt, beispielsweise in der Landschaftsfotografie. Es ist oft so, dass wir es mögen, wenn von vorne bis hinten alles scharf ist und wir dann eh sozusagen eine hohe Schärfentiefe einsetzen wollen. Aber zum Beispiel in der Porträtfotografie, stellt euch vor, ihr macht ein Porträt, im Hintergrund ist ein Busch und ihr möchtet, dass der relativ verschwommen dargestellt wird, das Porträt aber knackig scharf. Und die Schärfe hinter dem Porträt abfällt, dann ist eben eine Festbrennweite oftmals eine gute Lösung, weil ihr eine größere Blende verwenden könnt als bei einem Zoom-Objektiv. Warum ist das so? Bei den Zoom-Objektiven wäre es so, wenn die dieselbe Offenblendmöglichkeit hätten und wir reden hier über, wie gesagt, ein 24-70 2,8, also Blende 2,8. Wenn das jetzt Blende 1,2 haben sollte, dann wäre das riesig, das ist technisch bei so einem Zoom gar nicht möglich, aber wenn dem so wäre, wäre es einfach irre groß, irre schwer und auch gar nicht mehr zu bezahlen und deswegen das Thema Festbrennweiten. Ein weiterer Vorteil von Festbrennweiten ist, wenn ihr sie regelmäßig einsetzt, schärft ihr euren Blick, denn mit jedem Zoom-Vorgang verweigert ihr quasi, dass euch selber fortbewegen, ich nenne das bei Festbrennweiten Zoom by Foot, dichter rangehen oder weiter weg gehen, gleichzeitig beeinflusst aber die Brennweite auch den Bildwinkel und zwar auch den Bildwinkel im Hintergrund. Ich zeige euch das hier auch mal in der Grafik eingeblendet, das heißt, wenn ihr an derselben Position stehen bleibt und den Bildwinkel verendet, rückt auch der Hintergrund näher ans Motiv ran. Das heißt, ihr habt nicht nur eine Veränderung an eurem Objekt selber, sondern auch im Hintergrund und wenn ihr mal mit einer Festbrennweite arbeitet, dann müsst ihr eben die passende Situation, die passende Stelle suchen, um das Bild sauber zu gestalten, auch vom Hintergrund. Das ist ein großer Vorteil der Festbrennweiten. Festbrennweiten sind, so ähnlich wie Zoom-Objektive auch, von einigermaßen günstig bis wahnsinnig teuer zu bekommen, aber es gibt so ein paar Geheimtipps in dem gesamten Kamerasystemmarkt, die ich euch noch nicht vorenthalten möchte. Diejenigen, die Canon oder Nikon Kameras verwenden, sind vielleicht mit dem 50mm 1,8 ganz gut aufgestellt. In beiden Systemen kostet das Objektiv 100 Euro plus ein bisschen, bei Nikon ist ein Tacken teurer, bei Canon ungefähr 100 Euro und ihr habt Blende 1,8 zur Verfügung, eine Blende, mit der man sehr schön freistellen kann. Wenn ihr einmal ein ordentliches L-Zoom-Objektiv gehabt habt, dann wird euch die insgesamt schärfe Leistung des 50mm nicht wirklich begeistern. Ich habe das Objektiv in der Vergangenheit dreimal gekauft und dachte immer, okay, mit dem nächsten, was du kaufst, überzeugt es dich vielleicht, aber dem war nie so. Ich habe dann jahrelang auch zum Freistellen und für Porträts durchaus hier so ein 50mm Canon-Makro-Objektiv mit einer Offenblende von 2,5 verwendet. Aber das ist auch Geschmackssache. Diejenigen, die eine Einsteigerkamera von Nikon oder Canon haben und sagen, ich möchte mich mit dem Thema Festbrennweite und damit fester Bildwinkel beschäftigen, und außerdem mache ich vielleicht auch ganz gerne Porträts, die sind mit dem 50mm ganz gut aufgestellt. Darüber hinaus gibt es in beiden Systemen ein 85mm 1,8 und es gibt in beiden Systemen auch ein Objektiv mit 85mm, also derselben Brennweite und damit demselben Bildwinkel mit größerer Offenblende, bei Nikon mit 1,4 und bei Canon mit 1,2. Dazwischen liegt mindestens mal der Faktor 3 bis 4 im Preis. Euch reicht jetzt wahrscheinlich das 1,8er. Das liegt irgendwo bei Canon sowas bei unter 400 Euro und bei Nikon in einem ähnlichen Bereich. Das sind Objektive, die ihr sehr gut für Porträts verwenden könnt. Die haben eine ganz leichte Telewirkung schon, aber stellen sehr schön frei. Wenn ihr an Micro-Forserts arbeitet oder mit Micro-Forserts, dann kann ich euch ganz klar das 45mm 1,8 von Olympus empfehlen. Das ist ein sehr schnuppliges kleines Objektiv. Das ist übrigens das Objektiv, mit dem wir filmen. Ich kann es euch deswegen im Moment nicht in die Kamera halten. Das Objektiv hat eben einen Bildwinkel von kleinen Bildäquivalenten 90mm. Ist also ein leichtes Tele und ist sehr klein, sehr leicht, sehr schnucklig und wahnsinnig scharf. Und stellt mit seinen 1,8 auch erstaunlich gut frei. Insofern auch eine schöne Möglichkeit an Micro-Forserts freizustellen. Wer sagt, okay, mir ist der Bildwinkel zu weitwinklig noch und ich hätte gerne einen engeren Winkel und dafür noch eine bessere Freistellung. Der ist dann im Zweifel hier mit so einem 75mm 1,8 gut aufgehoben. Eine wirkliche Sahnelinse, dann schon im Bereich aber auch von 1000 Euro. Aber auch eine wirklich gute Linse. Es gibt auch da draußen viele analoge Schätzchen. Also sprich analoge Objektive, die ihr an eure Kameras adaptieren könnt. Das fällt besonders den Usern von Systemkameras leicht, weil ihr habt alle das sogenannte Focus Peaking eingebaut. Das gilt auch für das Sony-System. Das heißt, vielleicht findet ihr irgendwelche analogen Objektive mit einem Anschluss, der im Prinzip gar nicht dem entspricht, was ihr heute verwendet. Weil natürlich das Micro-Forserts-Bajonett und auch das Sony-E-Mount und was es da so alles gibt, gab es natürlich vor 50 Jahren nicht. Nichtsdestotrotz findet ihr mechanische Adapter. Und über das Focus Peaking könnt ihr auch damit sehr schön heute fokussieren. Das heißt, vielleicht findet ihr da was Passendes zum Festbrennweiten machen in jedem Fall Sinn. Weil eben der Bildwinkel fest ist und ihr deswegen genau gucken müsst, okay, wie positioniere ich mich, wie positioniere ich das Objekt, damit ich den Hintergrund so sauber habe, dass ich da ein ordentliches Foto von machen kann. Und ihr bewegt euch eher dann mit dem Körper ein bisschen vor und zurück, anstatt einfach nur einen Ring zu drehen und zu sagen, jetzt drücke ich mal einfach einmal drauf. Meine Empfehlung ist es ganz klar, macht ein Projekt da draus. Es sind ein bisschen abgedroschen, die Projekte. Ich mache 365 Tage im Jahr ein Foto und veröffentliche das. Ich weiß es. Ich habe vor zig Jahren schon mal ein Projekt gemacht, das hieß 85x85. Ich habe 85 Tage lang jeden Tag ein Foto mit dem 85mm Objektiv gemacht. Das war teilweise auch ein bisschen anstrengend, weil das ist halt eine Brennweite, mit der man viele Dinge gar nicht so richtig gut fotografieren kann. Das heißt, ich musste mich sehr stark damit beschäftigen, was geht überhaupt und was geht nicht und dann jeden Tag auch irgendwie ein Motiv suchen, an dem die 85mm gut umzusetzen waren, weil ich wollte natürlich selber am Ende auch mit meinem Foto zufrieden sein. Solche Projekte empfehle ich euch, zum Beispiel 50x50, 50 Tage lang mit 50mm ein Bild machen oder keine Ahnung, 12x45, jeden Monat mit 45mm ein Bild machen. Das schult euer Auge. Je häufiger ihr das verwendet, also nicht nur monatlich, sondern täglich, desto besser kommt ihr rein und desto mehr beschäftigt ihr euch mit dem Bildaufbau und mit der Wirkungsweise genau dieser Brennweite. Das ist eine große Empfehlung von mir. Jetzt schauen wir uns ein paar Fotos von mir an. Ich erzähle euch ein bisschen was dazu, warum das mit einer Festbrennweite Sinn gemacht hat, welche Auswirkungen das auf das Foto hatte und wünschen mir, dass ihr dranbleibt und euch die Fotos mit mir anguckt. Dieses Foto ist ein Foto von einer unserer Namibia-Fotoreisen und das ist schlicht und ergreifend mit einer Festbrennweite gemacht, weil gerade im langen Telebereich, wenn man sehr hohe Telebrennweiten haben möchte mit einem sehr engen Bildwinkel, dann sind das in der Regel Festbrennweiten. Die werden so gebaut, weil Zoom-Linsen ebenso im Bereich von 500 mm oder ähnlichem schwer zu bauen sind und von daher ist das hier quasi aus dem Zwang heraus mit einer Festbrennweite gemacht, aber es sorgt eben auch dafür, dass wir ihn doch durchaus noch im Vorderen und im Hintergrund ein bisschen Unschärfe haben. Das Bild ist mit einer Festbrennweite gemacht, ebenfalls auf der Namibia-Fotoreise, wo wir übrigens nächstes Jahr auch wieder mit euch hinfahren, mit einer Festbrennweite aufgrund der Offenblende, denn im Hintergrund war ein gesamtes Himberdorf und das Buschland. Und ich wollte, dass der Fokus auf den Jungs hier vorne liegt und den Mädels und deswegen ist das mit der Festbrennweite fotografiert, um eben überhaupt diese Offenblende-Leistung, diesen Look erzeugen zu können. Dieses Bild ist auf einer Fotoreise in Rom mit einer Festbrennweite gemacht. In diesem Fall hängt das damit zusammen, dass ich gerade auf so städte Reisen sehr gerne Festbrennweiten verwende. Aus dem einfachen Grund, die sind leicht, unauffällig, viel leichter als die meisten lichtstarken Zoom-Linsen und gleichzeitig kann man eben gerade auf so einer Fotoreise, wenn man zwei Kameras dabei hat, eine mit einer Festbrennweite bestücken, sodass man eben an dem Bildwinkel auch permanent am Ball bleibt und übt. Das sorgt eben in diesem Fall dafür, das ist ein Sigma Art an Micro Four Thirds, dass die Möwe im Vordergrund relativ groß wirkt und der Hintergrund relativ weit weg. Das ist mit einer Festbrennweite fotografiert, ebenfalls mit Micro Four Thirds, in diesem Fall mit 17 mm und zwar aus dem einfachen Grund, gerade im Bereich Street-Fotografie macht es Sinn, eine Festbrennweite zu nehmen, denn bei einer Festbrennweite, nein, der klassischen Reportagebrennweite, Kleinbild-Äquivalent 35 mm Brennweite, hat man eben einen etwas engeren Bildwinkel als unser eigentlicher Blick, aber damit bekommt man gerade bei der Street-Fotografie hinten auch noch Hintergrund mit auf das Bild und das wird überhaupt ein Street-Foto, ansonsten könnte ich ein Porträt machen und das nach hinten hin freistellen. So wie es übrigens auf diesem Foto hier passiert ist, das ist ein Foto von einer der Mallorca-Reisen, der Profireise nach Mallorca, da gibt es übrigens nächste Woche einen neuen Termin für 2016, könnt ihr euch wieder bewerben auf eine Reise exklusiv mit mir. Dieses Foto ist zum Thema entstanden, auch scheiße Gold machen und ich habe gezeigt, wie man an einer echten Scheiß-Location, wo unglaublich viele Menschen waren, ein gutes Foto machen kann und ich bin da millimeterweise auf dieser Bank hin und her gerutscht, nach vorne und nach hinten und habe auch die Camilla, immer wieder unser Model, dirigiert, um eben den Hintergrund möglichst maximal auszublenden und rote, blaue, grüne und gelbe T-Shirts im Hintergrund nicht im Bild zu haben und auch diesen ganzen störenden Kladderadatsch, den es nach hinten zu sehen gab, eben auch nicht. Hier ist noch ein Foto aus Mallorca, jetzt gerade ganz frisch, vor drei Wochen entstanden oder zwei und wir fahren auch dieses Jahr noch einmal nach Mallorca. Dieses ist ebenfalls mit einer Festbrennweite fotografiert, in diesem Fall 75 mm, 1,8 Micro-Fascerts, bei Blende 1,8, weil ich diesen schön unscharfen Vordergrund haben wollte, dann eine sehr knackige Schärfe, in diesem Fall auf der Alara, unserem Model, was wir mit hatten, und nach hinten raus schon zu erkennen, dass es Felsenlandschaft ist, sonst könnte man das Ganze an der Deutschen Ostsee gemacht haben, aber eben auch eine gewisse Unschärfe und ein gewisses Bouquet, insofern aufgrund der offenen Leistung auch hier die Verwendung der Festbrennweite. Das war es für heute mit diesem Fototutorial Mittwoch, wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, außerdem könnt ihr hier oben unter Beste Fotoschule von Welt den Kanal abonnieren. Wir sehen uns immer am Mittwoch auf diesem YouTube-Kanal mit einem Fototutorial und immer am Samstag um 14.30 Uhr mit dem Bildbesprechungs-Samstag, bei dem ich fünf eurer Fotos bespreche. Ich freue mich sehr, wenn ihr das Video teilt und auch wenn ihr mir Kommentare hier hinterlasst und mir sagt, wenn es euch gefallen hat oder was wir anders machen sollen oder auch gerne Themen wünscht. Wir haben eine sehr lange Drehliste mit Themen, aber wenn da irgendwelche spannenden Themen von euch kommen, dann nehmen wir auch die gerne damit auf und würde mich freuen, wenn wir uns hier auf dem Kanal wiedersehen. Ich wünsche euch erstmal eine gute Zeit. Macht es gut. Auf bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.